Dienstagabend ist es endlich soweit. Unsere Mannschaft tritt an, gleich ein dicker Brocken, eine große Herausforderung, gegen unsere französischen Freunde anzutreten. Aber ich glaube, eine ganze Öffentlichkeit wartete auf diesen Event, Europameisterschaft, Fußball 2021. Endlich ist es soweit, sogar mit Präsenz in den Stadien ein gemeinsam erwartetes, neues Aufbrechen. Was wünsche ich mir? Dass es ein spannender Wettkampf wird und der aber vor allen Dingen auch fair ausgetragen wird. Und dass die sportlichen Akteure und die Verantwortlichen an ihrer Seite achtsam bleiben. Dass es da Menschen sind, die alles geben und alles zu geben auch bereit sind. Meine Gedanken sind dann bei Christian Eriksen von der dänischen Mannschaft. Also diese Grenzen dann aber auch zu akzeptieren und zu schauen, wo ich Stopp sagen muss. Ich wünsche uns ein gutes Vorankommen. Ich habe am Wochenende über 100 jugendliche Firmen dürfen und hin und wieder gefragt, sagt mir mal, wen haltet ihr für die Top-Favoriten? Und ja, das Halbfinale, das sehen alle ganz gut so auf dem Schirm. Ob es dann für das ganz Große reicht, mal sehen. Aber da möchte ich sagen, da hat die Truppe um Stefan Kunz, die U21, uns ja eine super Stallvorlage gegeben. Also halten wir die Daumen. Vor allem aber schauen wir gerne auf ein Fairplay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017